Im letzten Video habe ich euch erklärt, welche Informationen ihr für die Grundsteuererklärung 2022 Niedersachsen benötigt. In diesem Video erkläre ich euch, wo ihr die Informationen in der Grundsteuererklärung eintragt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler und ich hoffe, ihr habt die ganzen Informationen schon vor euch liegen. Dann können wir gleich starten. Ich hoffe, ihr habt auch schon das Programm ELSTER gestartet. Ich bin bereits drin. Und noch einen kurzen Hinweis vorneweg. Dieses Video und das letzte Video bezieht sich lediglich auf Wohnbauten, also ein- und zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen und nicht auf land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und Betriebsgrundstücke. Auch nicht gemischt genutzte Grundstücke, also Wohn- und Geschäftshäuser. So, ich bin jetzt bereits auf der Startseite, also ich habe meine Zugangsdaten eingegeben. Falls ihr noch keinen ELSTER-Zugang habt, könnt ihr, wenn ihr auf der Startseite seid, ein Benutzerkonto anlegen. Oben rechts findet ihr den passenden, ja, könnt ihr das passend anklicken. Ja, wir legen auch gleich los, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wenn ihr also das jetzt auf der Startseite seid, dann haben wir hier Formulare und Leistung. Das klicken wir an. Und dann gehe ich mal auf alle Formulare. Und dann klicken wir natürlich Grundsteuer an und Grundsteuer für Niedersachsen. So, dann finden wir hier ein paar Informationen. Und jetzt könnte ich Schluss machen. Hier ist nämlich eine Videoausfüllanleitung. Auch nicht schlecht, aber ich habe euch ja versprochen, ich mache es mit euch gemeinsam. Deswegen klicke ich jetzt auf Weiter. Und wir gehen dann ohne Datenübernahme fortfahren und machen weiter. Und klicken dann die ersten beiden Vordrucke an. Das ist einmal der Hauptvordruck und einmal die Anlage zum Grundstück. Machen weiter. Und sind dann gleich schon auf der Startseite. So, das Aktenzeichen, das könnt ihr jetzt eingeben. Das findet ihr auf eurem Schreiben, was ihr von der Finanzbehörde bekommen habt. Und dann geht ihr auf die nächste Seite. So, und dort geht es jetzt los mit den Angaben zur Feststellung. Ihr drückt nochmal auf die nächste Seite. Dann finden wir unter dem Punkt Grund der Feststellung Hauptfeststellung. Das ist auch richtig, das könnt ihr so lassen. Und dann klickt ihr an den zweiten Punkt. Bebautes Grundstück, wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens. So, da tragen wir jetzt schnell unsere Straße ein. Da, wo die Lage des Grundstücks liegt. Ich denke mir mal hier irgendeine Straße aus. Und ruhig meinen Wohnort. So. Dann klicken wir auf die nächste Seite. Es sei denn, euer Grundstück würde sich auf zwei Gemeinden verteilen. Das hat man aber sehr selten. Da müsstet ihr da einen Klick machen oder das anklicken. Aber das kommt selten vor. Deswegen gehen wir gleich weiter. Ich bin Alleineigentümer. Aber es kann passieren, dass ihr Ehegatten seid. Dann müsst ihr den Punkt 4 ankreuzen. Ehegatten. Da könnt ihr einmal durchgehen, was für euch dann passt. So. Als nächstes gebe ich den Eigentümer unten ein, indem ich auf das blaue Feld klicke. So. Da trage ich dann natürlich meinen Namen ein. Und natürlich auch meinen Nachnamen. Der ist ja auch allgemein durch das Video jetzt bekannt. Ja, mein Geburtsdatum mache ich jetzt mal 01.01.2000. Das ist natürlich nicht mein Geburtsdatum, aber was soll's. Gucke, da meckert der Computer schon, wenn ich da keinen Punkt zwischenmache. So. Und auch hier gebe ich eine Musterstraße wieder ein. Die Postleitzahl, das ist ja kein Geheimnis, dass ich in Bad Essen wohne. Ja, wenn wir diese Eingaben gemacht haben, dann könnt ihr die Steueridentifikationsnummer eingeben. Die findet ihr auf dem Schreiben, was ihr von der Finanzverwaltung bekommen habt. Das hatte ich euch ja bereits im letzten Video gesagt. Und mir gehört das Grundstück voll, deswegen gebe ich hier unten bei der Anteile an der wirtschaftlichen Einheit ein Einzel an. Wenn ihr Ehepartner seid und das gehört euch zur Hälfte, dann gebt ihr jeweils ein Halb an. So, dann bestätigen wir das. Und wenn ihr jetzt noch einen Miteigentümer hättet, zum Beispiel einen Ehepartner, dann müsstet ihr das Ganze nochmal machen, indem ihr hier draufklickt und den ganzen Vorgang wiederholt. Bei mir ist das nicht der Fall, deswegen gehe ich jetzt weiter auf die nächste Seite. Grundsteuerbefreiungen liegen bei mir nicht vor und Ermäßigung auch nicht. Das hat man unter anderem, wenn man eine Denkmalimmobilie hat oder wenn man vielleicht sozialen Wohnungsbau hat. Dann gibt es dort eventuell eine Mäßigung. Wenn ihr das habt, müsst ihr euch da, müsst ihr das Feld anklicken. Ja, ergänzende Angaben zur Grundsteuererklärung wollen wir nicht machen und damit haben wir, Fangsvollmacht brauchen wir auch nicht und ein Profi hat auch nicht mitgewirkt und damit haben wir den Hauptvordruck erfolgreich beendet und kommen jetzt zur Anlage zum Grundstück. So, hier sind wir die einzelnen Punkte, die man abarbeiten kann. Wir fangen an mit Angaben zum Grund und Boden. Da klicken wir das erste Feld an und sagen jetzt, wo ist die Gemeinde, wo das Flurstück liegt, was wir eingeben wollen. Bei mir im Bad Essen. Und hier können wir jetzt die einzelnen Flurstücke eingeben. So. Bevor wir das machen, das habe ich euch ja erzählt, gibt es ja diesen Grundsteuerviewer und da könnt ihr dann im Grunde genommen anklicken. Hier dann noch auf diesen grünen Button und könnt oben eure Adresse eingeben von dem Grundstück. Ich gebe jetzt natürlich nicht meine ein, sondern gebe jetzt die Adresse der Gemeindeverwaltung ein und dann öffnet sich dieses Fenster. Ihr findet hier euer Grundstück angezeigt, euer Flurstück und hier habt ihr auf der rechten Seite die Informationen. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei meinem Grundstück, ich habe zwei Flurstücke und habe dann hier zwei Informationen stehen. So. Dann klicke ich hier auf diesen grünen Button und bekomme alle Informationen hier nochmal übersichtlich, die ich dann auch ausdrucken kann. So. Und die können wir dann hier in das Formular eintragen. Ich nehme jetzt natürlich auch hier wieder irgendwelche Angaben. So. Beim Grundbuchblatt ist es nicht notwendig, wenn ihr die Grundbuchblattnummer nicht habt, dass ihr die eingebt. Das findet ihr unter anderem, wenn ihr dieses Fragezeichen anklickt, dann findet hier auf der rechten Seite immer Informationen. Und da steht unter anderem, wenn ihr es nicht habt, braucht ihr es nicht angeben. So. Mir gehört das Flurstück zur Gänze. Wenn ihr nur das halbe Flurstück habt, dann müsst ihr hier eintragen, ein Halb. So. Oder ein Zehntel oder wie auch immer. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier jetzt noch eine Grundsteuerbefreiung, falls ihr die habt, eintragen. Ansonsten, die habe ich nicht, übernehme ich das Flurstück. Und wenn ich jetzt noch ein Flurstück auf dem Grundstück hätte, so wie bei mir war das sogar der Fall, dann müsste man das Ganze nochmal machen für das zweite Flurstück. So. Ich übernehme jetzt diese gemeindebezogenen Aufstellungen. Und kann das hier abschließen. Hier unten ist noch ein Hinweis, wenn ihr mehr als 10.000 Quadratmeter Fläche habt, also Grundstücksfläche, dann findet ihr hier unter dem Fragezeichen noch den Hinweis darauf, dass ihr dann nur die überbauten Flächen angeben müsst. Welche Flächen überbaut sind, das könnt ihr hier entnehmen. Das ist bei mir nicht der Fall, also gehe ich hier weiter. So. Dann geht es weiter mit den Angaben zu den Gebäuden und Gebäudeteilen. Da habe ich euch ja gesagt, ihr sollt die Wohnflächen ausmessen. So. Ich habe ein Einfamilienhaus. So. Das hat eine Wohnfläche von 133 Quadratmeter. So. Grundsteuerbefreiung und Ermäßigung habe ich nicht. Ich übernehme jetzt diesen Gebäudeteilen. So. Und was ist jetzt, wenn ihr zum Beispiel noch eine Garage habt? Dann ist es so. Wenn die Garage eine Nutzfläche hat von 60 Quadratmeter, dann wisst ihr ja, dass 50 Quadratmeter frei sind, sofern die Garage zur Wohneinheit gehört. Das heißt, ihr gebt dann hier nur statt 60 die 10 ein. Ihr zieht schon die 50 ab. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Zweifamilienhaus habt und ihr habt für jede Garage, also ihr habt für jede Wohneinheit Garagenflächen, die, die zu der Wohneinheit jeweils gehören, davon sind jeweils 50 Quadratmeter frei und ihr müsst die Freibeträge jeweils abziehen. Das heißt, das macht das System nicht automatisch. So. Das gleiche gilt auch für den Schuppen zum Beispiel. Wenn ihr einen Schuppen habt, der 60 Quadratmeter beträgt, dann wisst ihr ja, es sind 30 Quadratmeter frei. Sofern der Schuppen zu einer Wohneinheit gehört, dann tragt ihr hier nur die 30 ein. So. Ich habe das aber nicht. Deswegen mache ich die mal weg. Ich habe nur das Einfamilienhaus. So. Dann machen wir jetzt weiter und haben im Grunde genommen alle Eingaben erledigt, die wir benötigen. So. Wenn ihr Grundsteuerermäßigungen habt oder steuerbefreite Zwecke oder Gebäude für den Zivilschutz oder ihr seid dabei, neues Wohnungs- und Teileigentums zu bauen oder zu machen, dann müsst ihr diese Punkte hier einzeln noch durchgehen. Ansonsten ist jetzt für die meisten das hier beendet. Ausnahme, wenn ihr Erbbaurecht habt, dann müsst ihr Punkt 9 anklicken. Das mache ich jetzt nicht, weil für die meisten von euch, die werden sicherlich ein Ein- oder Zweifamilienhaus haben, ist damit der Punkt beendet. Ich kann jetzt sofort auf Prüfen gehen und stelle fest, A, hier sind noch Hinweise, wo ich etwas nicht ausgefüllt habe. Aber hier steht auch, Sie können das Formular trotz vorhandener Hinweise versenden. Deswegen, wenn alles grün ist, dann kann ich das versenden. Ich denke mal, die Grundbuchblattnummer wird fehlen. Schaue ich jetzt aber nicht nach. Ich gehe jetzt hier einfach auf Weiter. Habe dann im Grunde noch mal eine Übersicht, was ich eingegeben habe und kann das Ganze dann, wenn ich möchte, absenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, ihr abonniert den Kanal. Und ich hoffe auch, ihr teilt das Video. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, denen dieses Thema interessiert. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.